Die Spitzwahlkanzel ist mein Lieblingsplatz. Die Spitzwahlkanzel ist mein Lieblingsplatz, weil man da nach der Arbeit hergekommen ohne großen Zeitaufwand. Man ist mitten im Wald, man hört die Vögel zwitschern und man hat einen wunderschönen Ausblick ins Zellertal. Die Spitzwahlkanzel liegt in der Nähe von der Berglütte Schareben und ist in ein paar hundert Meter zu erreichen. Ich verbinde an dem Ort Freiheitsgefühl, einfach weil man den wunderschönen Ausblick hat und direkt mit der Natur verbunden ist. Mein Lieblingsplatz ist der kleine Riedlstein. Der liegt zwischen den Rauchröhren und am Eck. Ich bin der Unterwegeparte vom AB11. Der beginnt ab Ambruck-Roggendorf und die Hälfte der Strecke ist ziemlich steil auf T und deswegen mag ich das so gern, weil mich dann jedes Mal der Ausblick wieder entschädigt. Jetzt könnten wir zum Abschluss noch die Tür bringen. Ja, gern. Okay, dann machen wir. Ja. 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 Ja.